Ich arbeite jetzt seit fünf Jahren für Monsanto und meine Wahl fiel auf Monsanto, weil es das angenehmste Bewerbungsgespräch war. Monsanto bot mir eine intensive Einarbeitung on the job und es war das interessanteste Aufgabengebiet. Spaß beim Monsanto macht mir, dass wir hohe Handlungsfreiheiten haben und hohe Verantwortung, aber besonders der respektvolle und der freundliche Umgang unter den Kollegen. Das ganze Team ist super nett, hilfsbereit. Ich bin bei Monsanto ganz familiär und freundschaftlich aufgenommen worden. Mir wurde alles gezeigt und erklärt. Wenn ich Fragen hatte, war jeder offen und hat mir geholfen und ich bin einfach froh, diesen Schritt gemacht zu haben und jetzt bei Monsanto zu arbeiten. Als Pflanzenzüchter lernt man sehr schnell, dass man nur mit einem Team Erfolg haben kann und dass neue Ideen, Inspirationen dafür immer notwendig sind. Das Spannende an der Arbeit in einer internationalen Pflanzenzuchtfirma ist, dass man wirklich zwischen der Landwirtschaft und der Forschung ist und immer wieder zwischen diesen Bereichen neue Ideen entwickeln kann. Meine tägliche Arbeit beinhaltet den Kontakt mit Kunden sowohl auf Landwirtsebene als auch auf Handelsebene und ich repräsentiere die Firma sowohl mit ihren Produkten als auch mit den Informationen, die dahinter stehen. Das Besondere an der Arbeit bei Monsanto ist, dass man sich ständig neuen Herausforderungen stellen muss, man aber die Freiheiten und die Möglichkeiten hat, das auf seine eigene Art und Weise zu tun. Die Besonderheiten bei Monsanto sind, dass man viel Spaß bei der Arbeit hat. Was die Arbeit bei Monsanto so interessant macht, ist, dass wir ein wirklich sehr gutes Team sind, sehr offen kommunizieren und immer gemeinsam nach Lösungen suchen. Was sehr viel Spaß macht bei Monsanto ist die Zusammenarbeit mit den Kollegen und immer wieder neue Ideen entwickeln zu können und diese Unterstützung auch zu bekommen, solche Ideen umzusetzen. Es ist einfach ein super Klima, eine ganz kollegiale Arbeitsatmosphäre und es macht einfach Spaß mit so netten Kollegen zu arbeiten.